I'm the realest one that's rapping Oh my god, oh my god If I die, I'm a legend When they lay me down to rest Aber so ist das halt Okay, oh, der hat starken Stuff mit Zwei Trinker, oh ne, geh weg von mir Fire resistance und Speed Geh weg Und hinter mir sind Pferde Ich weiß, ich hab nen Crap sperrt Aber ich krieg den Typen trotzdem Und da ist er wieder auf Rückzug Egal, wir haben Pudia Was auch gut ist Wir haben gute Rüstung, bis auf die Hose Schärfe 3 Hm Jo Auf jeden Fall guten Stuff bekommen Ich denk, ich wär sogar das Pferd nehmen Und jetzt gucken, ob ich damit noch ein bisschen Was machen kann Ich weiß nicht Muss ich vorsichtig sein Ah, hier sind so viel Der hat Fire Resistance Ich dachte, da ist wirklich jemand Ich wär mir grad nicht sicher Oh Glück gehabt, dass er mich nicht gecleanet hat Er mich nicht geschafft hat zu clean, weil es zu dummer ist Okay, haben wir ihn So Wir haben nur leider Ja, noch ein Schärfe 3 Ich guck mal, ob ich mir irgendwie ein Schärfe 4 holen kann Ich hab ja keine Erfahrungsflaschen Das ist halt das große Problem Ich schütze 3 Hose Den machen wir immer noch da 2 sogar Nice Hat er Erfahrungsflaschen? Ah, da unten Komm schon Sehr schön So Das werfen wir weg Das brauchen wir eher Da sind 2, bitte komm nicht auf mich Ich möchte nämlich jetzt erstmal Die Sachen benutzen So Ich kann mir entweder bessere Größe machen Oder ich guck mal, ob ich das Das wird aber nicht reichen Nein 1.7 ist alles so teuer Oh Leute, ich hab ein Crack-Boss-Kanzer an Ja, aber ich bin nur eine Schütz 4 Hose erstmal Ich stecke 3 Hose nochmal Ich stecke 3 Hose nochmal 1 Besser einen Bogen Kann man sich auch gönnen Oder nicht, wenn man nicht 5 Level hat RIP Ja, ich brauch halt echt Level Ich sehe immer noch 14 Leute Da muss ich sagen, über 7-Mitabs sind auch relativ viele Spieler immer so weit äh 50 glaube ich Das ist schon eine recht hohe Zahl Ich muss nur sagen, manche können auch gut spielen Aber die Mehrheit klingt halt nur So wie ich Ach, das tut mir leid Aber ich wurde auch ganz Geklink ohne Rücksicht Irgendwann möchte ich auch mal eine gute Runde hinbekommen Muss ich ehrlich sagen So, wir haben so Viele Erfahrungsflächen Ich guck mal, ob die immer noch ein Stärkes Schwer zufällig dabei hatten Auch nur solche Sachen So, gucken Schuss 2 Schuss 3 Schuss 2 Helm Nehmen wir einen mit Oh, hier ist so viel, das kann ich gar nicht alles looten Ich werde jetzt eher gucken, dass ich mal ein bisschen was zusammenklafte Vermutlich Vermutlich hatten sie gar nicht so krassen Und dann loot ich mir hier eine Runde rum Würde länger dauern, als wenn ich jetzt alles zusammenklafte Ich habe meinen Amboss wegwerfen Ich habe meinen Amboss weggebracht Das sieht mir so auf, da muss ich ja erstmal ein vernünftiges Lott machen Dass mir das nicht immer passiert Ich habe meinen Amboss weggebracht, ich Idiot Ich habe meinen Amboss weggebracht Ja, ich bräuchte noch irgendeinen Ich weiß nicht, ich habe einen zweiten Schärfe 3-Bogen halt weggeworben Ist auch nicht das geschickteste gewesen Das ist noch ein Amboss, nice Das ist noch ein Amboss, nice So, dann gucke ich mal, dass ich noch ein bisschen auf Rüstung gehe Ich Idiot, ich habe Falsch gecrafted, was wir sehen Aber kann hier mal passieren Verdammt Sollte natürlich nicht passieren Okay, mein Stuff Bin ich sehr zufrieden mit Besonders, dass ich noch Kuppers habe und so Damit lässt sich schon was machen Weil das ist halt echt gut, wenn ich verfolgt werde Nach dem Kampf Kann ich dann gegen was tun, dass ich immer gecleanet werde Boah, der wird eh weggeportet Ich möchte eigentlich hier bleiben Kann ich mal kurz den Stuff angucken Aber Ja, ich habe eh keinen Level mehr Also brauche ich den Stuff gar nicht hier unbedingt looten So, dann gehe ich auf ihn Ich dachte schon kurz, er liegt im Pott Aber nein Okay Er hat wahrscheinlich einen besseren Bogen als ich Obwohl, das tat jetzt auch nicht weh, muss ich sagen Aber vermutlich Das wird er nicht so oft Bogen spielen Ich weiß nicht, ob ich da mal vorwürdig gehen soll Okay, im Wald würde ich sehr gerne kämpfen Okay Ich habe einen guten Vorteil Okay, ich denke die Runde gewinne ich So Gucken wir mal was er von Stuff hatte Schöpfe 4 Kann ich mir vielleicht möglicherweise sogar einen Schöpfe 5 holen Schutz 3 Schuhe Ich denke ich gehe auf Rüstung Gucken wir mal Schöpfe 5 würde ziemlich auf keinen Fall reichen So, dann gucken wir mal, ich könnte mir Schutz 3 Schuhe machen Mach ich auch wenn ich einen Amboss finde Schütze 3 Brustplätze brauche ich nicht Oh, noch einen guten Helm Ah, da ist ein Amboss, okay, ich werde geportet Ja Hättest gar nicht schnell zusammen gecraften Das schaue ich ja wahrscheinlich gar nicht Ja, geh weg, ich will erstmal ein bisschen was machen Aber mit 5 Lemon wird es eh nicht reichen Überhaupt so gute Rüstung So, ich hoffe, dass wir jetzt einen schönen Kampf haben Ja, mein Schaap 4 ballert ordentlich rein Oh Mann Hat der Fire Resistance? Nee, ich glaube nicht Oh, Pech gehabt, tut mir leid Oh Mann Alles schön eingekoppt Okay, der ist der andere gute Der eine kam ja gerade noch so weg Dem Tag mir nämlich schön zwei Zweikämpfe Und deswegen war das War gut, weil da wurde nicht geklingelt Jetzt habe ich ein bisschen Angst Oh nein Okay, ich habe nicht mehr gehettet Reicht der so auch Pfff Der letzte ist da hinten drin Die beide sind hinten drin Ich muss nur noch auch reinkommen Wo ist denn, 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 wo ist denn Ich habe keinen Slot dafür Ich muss jetzt genau überlegen, wie ich das mache Ich habe keinen freien Slot Für dieses Item Das ist Sparta, Leute Oh, Alter GG Leute, guter Kampf hat es Ich hoffe, dass die Folge euch gefallen hat Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video Und tschau tschau Bis zum nächsten Mal